Hallo, die Produktion und Nutzung von Lehrvideos ist ein wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg in das digitalisierte akademische Lehren und Lernen. Doch was sind das für Videos? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich zunächst eine Klassifikation von Lehrvideos vornehmen. In meinem Buch Handbuch Hochschullehre digital hatte ich folgende Parameter zur Klassifikation von Lehrvideos vorgeschlagen. Den Produktionsort und die Spieldauer, den Inhalt und die Produktionsart und zusätzlich hatte ich die Frage aufgeworfen, ob man als Produzent auch im Video sichtbar sein sollte. Zwei Parameter hatten sich dabei für die Klassifikation von Lehrvideos als besonders nützlich erwiesen. Der Produktionsort, englisch das Setting, mit den Varianten Classroom, Office und Studio Setting und die Spieldauer, bei der es eine magische Grenze von sechs Minuten gibt. Dies ist nämlich gemäß verschiedener Studien der Wert, bei dessen Überschreitung die Aufmerksamkeit rapide absackt. Mit anderen Worten, Videos, die länger als sechs Minuten sind, werden beendet oder zumindest nicht an einem Stück geschaut. Schauen wir uns zunächst die möglichen Varianten des Produktionsortes oder – hier passt englisch wirklich besser – des Settings an. Im Classroom Setting werden Videos live vor Publikum aufgenommen. Hier ist ein Beispiel, eine Physikvorlesung der Yale University. Hand aufs Herz! Würden Sie ein solches Video, das zugegebenermaßen professionell produziert wurde, mit Kamerafahrer, Führung und super Tonqualität, würden Sie ein solches Video zwei Stunden lang ertragen können? Ehrlich gesagt, ich könnte das nicht und Untersuchungen haben gezeigt, dass außer denjenigen, die die Inhalte zur Prüfungsvorbereitung benötigen, sich eigentlich niemand diese Vorlesungsaufzeichnungen anschaut. Und da die Mehrwerte dermaßen gering sind und zudem primär dazu führen, dass die Präsenzbeteiligung rapide absackt, sind Vorlesungsaufzeichnungen für die Digitalisierung der Lehre nicht zielführend. Na ja, und wenn man es doch machen möchte, dann lässt sich das ganz einfach bewerkstelligen. Ohne großen technischen Aufwand, ohne zusätzliche Hilfe. Ich zeige Ihnen das einmal, Schritt für Schritt. Zunächst schließe ich ein Mikrofon an meinen Computer an. Dann zeichne ich meine Präsentation, also das Bildschirmgeschehen, zum Beispiel mit der Software Snagit live auf. Am Ende drücke ich Stop und muss das fertige Video nur noch abspeichern. Und wenn ich auch noch ein Kamerabild von mir benötige, dann nehme ich das separat mit einer handelsüblichen Kamera zusätzlich auf. Später füge ich zum Beispiel in der Software Camtasia Studio Kameraaufnahme und Präsentation zusammen. Was ich damit zeigen will für das Classroom Setting, wenn es denn doch gewünscht wird, ist keine aufwendige Technik mehr notwendig. Es geht ganz einfach. Jeder kann das. Im Office Setting dagegen wird ohne Publikum produziert. Der Begriff Office ist hierbei allerdings nicht wörtlich als Büro zu verstehen, sondern als Oberbegriff für eine Aufnahme ohne besondere Studiotechnik an einem beliebigen Ort, also am Schreibtisch, im Park, im Auto oder wie hier zwischen zwei Regalen, wo ein Kollege in der Bewegung einen Kurs vorstellt. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, einen Ausschnitt aus einer kurzen, zweiminütigen Präsentation eines linguistischen Themas. In propositional logic, disjunction is used to create a compound proposition which is false, only if both propositions or disjuncts in it are false. It closely resembles OR in natural language and is represented by the small letter V, going back to Latin VEL. Here is a true example. Earth is a planet of the solar system or a satellite of the sun. If both disjuncts are true, as in our case... Leicht zugänglich, leicht zu produzieren und low budget lautet dabei die Devise. Bleibt noch das Studio Setting. Hier werden mit aufwendiger Technik nahezu professionelle Videoproduktionen erstellt, die zum Beispiel Dokumentarfilmen in kaum etwas nachstehen. Ich muss allerdings zur Vorsicht mahnen. Dokumentarfilme à la Terra X oder National Geographic selbst eignen sich kaum zum Lernen. Sie sind super gemacht, unterhaltsam. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir benötigen also Primärvideos im Office Setting. Und diese Videos müssen gar nicht perfekt sein, wie dieser mittlerweile viel zitierte Satz auf dem T-Shirt aussagt. Und genau so haben wir auch vor einigen Jahren begonnen. Videoproduktionen am Laptop, je nach Dynamik mit oder ohne Sprecherbild. Dass dann nach und nach die Ansprüche steigen und man immer perfekter werden will, ist nur verständlich. So sind wir heute in der Lage, studioähnliche Produktionen erstellen zu können, machen aber nach wie vor die meisten Lehrvideos im Office Setting. Und dabei unterscheiden wir je nach Spieldauer zwei Varianten. Microteaching Videos, die kürzer und E-Lectures, die länger als sechs Minuten sind. In beiden Fällen handelt es sich um eigens für das Medium Video entwickelte Lehrvideos. Und unser Equipment? Für das Office Setting benötigt man im Minimalfall einen Laptop, wenn möglich auch beschreibbar, ein externes Mikrofon und die Software zur Videoproduktion, so wie hier aufgelistet. Im Studio Setting gibt es kaum eine Obergrenze. So sind extrem gut ausgestattete Studios an Hochschulen keine Seltenheit. Mit dieser Klassifikation im Hintergrund können wir nun in einem weiteren Video verschiedene Beispiele und deren zugrunde liegenden Prinzipien besprechen und den jeweiligen Produktionsaufwand einschätzen. Bis dahin, machen Sie's gut! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020